Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Heute bin ich alleine, weil es ist immer noch die gleiche Aufnahme Session und ich bin jetzt alleine, weil es eben halt 1 Uhr 24, aber ja, eben halt, ich wollte da noch ein bisschen aufgehen, weil ich finde das noch ein bisschen zu früh, da meine Mutter ist gerade vor einer Stunde, äh, vor, 24 Minuten, also eben 1 Uhr 24, ist vor 24 Minuten schlafen gegangen und das, äh, ist ja, früh eben halt und, äh, da, sag ich jetzt nicht, hab ich eben, ich hab mit dem auch eben schon, He come up, he come up, over me Bombenentschärfung eingeleitet, entscharfer beschützen Die eigenen Hockartgegner wurde verletzt. Die eigenen Hockartgegner wurde verletzt. Die Bomben sichern. Ich glaub wir haben jetzt im Moment 7 Folgen oder so aufgenommen für die neue Staffel, also für diese Staffel, für die Staffel 7, ist ja ne Aufnahmesession, alles klar, und äh, klar, ich weiß nicht. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert, von fein kontrollierte Zone getreten, sofort verlassen. Und ähm. Neue Übertragung. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was wir tun jetzt. Okay. Letzter verbleibender Gegner. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Du wurdest entdeckt. Der Dreh ist gefährdet. Der Dreh ist gefährdet. Es sieht echt kalt aus hier. Es sieht 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 kalt aus hier. Es ist kalt aus hier. Es wird Kalt aus hier. Es ist kalt aus hier. ja 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 entschärfer wurde deaktiviert mit entschärfer wurde deaktiviert der entschärfer wurde deaktiviert mit dem schlag das macht irgendwie auch keinen Sinn ich mache 26 schaden mehr die Bündungsbremse in dem die Bündungsbremse vielleicht macht 6 neue Nachrichten na egal die Bomben schützen kam dann lass das ja Kamera aktiviert Standort der Bombe in Gefahr Entsprechend planen Ja ok, ja 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 Es bleiben 10 Sekunden 5 Sekunden Was weiß ich Bombe vom Gegner entdeckt Neue Übertragung läuft Neue Kameraübertragung aktiviert Ich setze den Herzschlagsensor ein Setze Willkommensmatter ein Setze Willkommensmatter ein Okay, okay Block up lab Setze Ja Steige Zaip Bis zum nächsten Mal. Ja, wow! Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Warum ist es so schwer, gute Mitspieler zu bekommen? Was ist los? Mission gescheitert. Vielleicht spielen wir auch noch mal Vorhorner. Müssen wir gucken. Ich muss gucken wegen dem Geld, weil im Moment habe ich kein... Also ich habe im Moment jetzt nicht so super viel Geld. Und ich will eben halt für Rainbow so 50 Euro ausgeben. Die Bomben schützen. Oh leil. Hä? Nur noch 10 Sekunden. Luftverdichtung kalibrieren. Bereit! Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Sie kommt von... hier. Errichte eine Barrikade! Die Gegner hat meine Bombe lokalisiert. Die Gegner hat meine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Ich war hier. Ich bin sehr schnell. Shockiert. alleviate meine Bombe wurde ent gradiert. Ich bin sehr schnell. Nein, 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 nein Help me Behind you, behind you, behind you Behind you Behind you, behind you Mira, behind you Look at the window Right Look at the window Left Shut the fuck up, bitch Bitch Yes, you're a bitch You're a bitch You're a bitch, you're a retard I knew you're a gangbang accident To have three Half-blooded marums You're a bitch You're a bitch You're a bitch You're a bitch To be fair Missed In the air Without you The end To get caught